Hi Leute und Willkommen zu meiner Gesamtübersicht für dieses Jahr Silvester 2017, 2018. Es sind noch einige Sachen hinzugekommen nach der Einkaufstour. Die Onlinebestellung der Vitrine, die ich abgeholt habe, war eine Sammelbestellung, deswegen gibt es so kein Unboxing, aber das sehe ich hier nochmal. Zum Beispiel ist noch hinzugekommen die schöne Knochenkonzert. Es waren die Omi Wind-Inversion, hier noch ein schönes Leuchtsortiment aus dem Kaufland geholt, hier noch ein paar Kleinkram, Big Bolts von Explode, Titan-Böller, Moonshiners, Moskitos, alles mögliche hier, ein Albatross-Vogel, dann habe ich mir noch einen Nikoshina-Böller D-Schinken geholt, aus der Vitrine noch einen A-Böller-Schinken und einen Pyro-Quäcker-Schinken, der gab es in der Sammelaktion ziemlich günstig, ja, dann noch einen Päckel-Quäcker-Schinken, dann war ich noch bei der Vitrine im Laden verkauft und habe mir die Funke-Neuheiten geholt, die Frösche-D, Frösche-C, hier von FireElement noch zu testen, die aktuelle 2017er-Charge, hier noch die alten und die Lufthaler und auch die Silber-Knister-Holder, sowie die Oktopus-Holder, die sind richtig fett. Ja, dann habe ich mir noch die Bombenstimmung geholt, und hier noch ein paar Feuertopfe, Single-Shots, ein bisschen was aus der Bösen-Serie, ein paar Mini-Raketen, hier noch ein fetten, so wunderschönes Licht und Sonne, hier alle losen Raketen, hier... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020